Wollen wir uns mal ein Habicht suchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das klingt alles. Spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade. Hä? Werden hier keine Wilden aufgenommen. Könnte man ändern. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur. Ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut. Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Junge. Das geht leider nicht. Ach, da unten wahrscheinlich. Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Sehr fortschrittlich. Osser, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der fünf Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu drei Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Uff. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen. Gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Hafen der Longe. Holy shit. Das hört sich gut an. Na ja na ja na. Okay, aber diese Jägerlogen-Geschichte, das können wir jetzt getrost verschubsen. Neben Waffen für die Longe. Ein Moment des Friedens. Die Reichen berauben. na den müssen wir noch abschließen super speziale waffen ein bisschen nach einer arena aus hier datenpunkt der sonnenglaube und ne bitte nicht ja ist schön dass sowas gibt aber ich nicht nein vielleicht mal ganz zum schluss ist nora ich bin der traurige namen es tut mir leid dass wir uns so treffen wie denn in trauer du trägst sie mit dir wie einen talisman warte vergib mir du willst keine wiedergutmachung für ein opfer im sonnenring nein ich weiß von den raubzügen doch die kaja schulden mir nichts ich verstehe ich könnte die hilfe einer willen starken fremden brauchen und dann würde ich dir einiges schulden diese leute wollen verstorbene ehren gefallen auf ihre art nicht mit hilfe von kaja rieten und kaja steinen doch es gibt hindernisse und während meridian gespannt den atem anhält fesseln mich meine gewänder normalen rituale und gebete bringen niemanden zurück nein aber sie helfen trauernden sich zu finden sie können kraft geben hoffnung wie die sonne das richtig was für hindernisse der erste pilger ist ein außerrahm der den königsschrein an der straße zur stadt besuchen will erwartet jetzt dort weil ein alter sonnenpriester keine heiden dort hinein lässt diese utaru verlor ihre gefährten beim juwel an einem teich voller schnappmäuler ein schrein sollte dort die maschinen vertreiben leider ist er nicht besonders effektiv und der banuq will den sonnensteig bemalen ein ruf zu den maschinengeistern glaube ich man muss sie nicht rufen der glanz des turms sieht grau habe ich da an also zwei schreine von maschinen befreien und einen von einem priester ich möchte nur etwas barmherzigkeit und dass sie gehör finden ok ich dachte nicht dass ihr priester fremde um hilfe bittet versänge die sonne nur unseren stolz bis dies nicht getan ist bin ich kein priester mehr ich habe mir die rote robe lang ersehnt ein wunschtraum doch das gewand macht uns blind wir flüstern versöhnung und vergessen dabei dass die priester des alten königs die morde segneten die morde die roten raubzüge ja und die opferung die noch folgten stimmt warum ließen die priester das blut vergießen denn zu manchmal ist uns kaja die tradition wichtiger als das was richtig ist das haben die kaja und nora wohl gemeinsam du bist enttäuscht von den sonnenpriestern wollte es dabei einer werden ich habe immer zum tempel aufgesehen die stimme meines bruders schalt noch in selbst er drang nicht zu mir durch wer es auch versucht am ende er sagte als man uns schätzte färbte zinnober unsere roben jetzt sind sie vom blut gefärbt wie das die roben werden weitergereicht die meisten alten priester flohen vor dem glanz einer neuen sonne und so tragen wir ihre sünden und ich trage schwer an ihn ok wo ist dein bruder jetzt er wartet am vat der sonne auf mich hoffe ich er sprach sich gegen die opferungen aus als priester der den sonnenkönig anzweifelt wurde er hart bestraft du hast auch jemanden verloren mein beileid nein nicht verloren als ich die robe anzog fand ich sein vermächtnis ich möchte den trauernden gerne helfen ihre erinnerungen zu ehren ehrt uns alle ja machen wir das ehre der gefallenen und die reihe aber erst machen wir dann und dann die ehre der gefallen ok ich habe meinen überblick gucken wie lange das gut geht ist immer rot und ist kein clown für juckt ihn gar nicht ist die barfuß mehr doch nicht äh ok mädel du kommst aus dem hinterwärts dazu jetzt nicht mehr werden hoff ich ja ist gut in der kälte ist am jodeln in der wärme ist am jodeln mein gott die ist ja fast wie ich nur am meckern die haare äh die können aber mal das hatten wir schon das ist ja es sieht bestialisch aus die mag ich ziemlich gut die finde ich ganz cool bietet nur keine protection geht jetzt ja wieder ins kampfbereiche ding 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 du solltest deine vorräte aufsteigen nicht entgehen also mutterherz ist nicht das hier meridian das ist die performance das ist also cpu-lastiger interessant besorgen wir uns jetzt hier ein lagerfeuer und stellen speziellen safe und eine davon sagt sie natürlich nicht schade ich habe kaputt war ich nicht war schon so echt jetzt guck mich an kleines mädchen kann doch nicht so was schweres umwerfen kaputt machen das passt doch nicht holy moly wer so viel gesundheitssachen sind will ich gar nicht wissen dass wir hier so alles begegnete noch einmal dagegen dann haben wir da aus dem weg geräumt dann geht doch hat zwar keine bewandtnis aber für mich besser wer ich meckert sie wieder weil sie nass wird sich mit maschinen prügeln alles kein problem aber sowas ist dann manchmal doch ein bisschen viel ne daraus werde ich später einen krank frauen also habe ich leider nichts mehr da ne zack 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 ich habe dich schon erwartet du willst sicher antworten es ist nicht kompliziert wir sammeln wertgegenstände von leuten die sie nicht brauchen verkaufen sie und geben die scherben den armen in sonnenfall also wenn ich mir dein kleidungsstil so angucke glaube ich dir kein wort du meinst ihr stehlt wenn du es so nennen willst von schweinen die schon seit generationen am futterdruck stehen ravan wirkte auf mich nicht wie ein schwein er stinkt wie die ganze bande nach geld und zufriedenheit und die unterschicht leidet wer genau bekommt die scherben in sonnenfall nicht die bastarde in der festung mit den scherben verschaffen wir den armen in schattenhang nahrung und verbandszeug sie gingen nur nach westen weil sie mussten glaubt mir ich weiß es meine frau wurde an einige diener gekettet und mit ihnen weggeführt sie verhungerten in ihren ketten das tut mir leid ja mir auch wo ist das schwert jetzt sicher hab's noch nicht verkauft was soll ich jetzt tun weggehen ich hatte gehofft du hilfst uns es heißt du liest spuren wie ein pirscher mein partner nasan ist bei der brandküste verschwunden er wollte nach sonnenfall mit einer ganzen ladung lebensmittel wenn du die findest würdest du vielen helfen ich überlegs mir aber nur wenn du ravan das schwer zurückgibst ich wusste dass du das sagen würdest gut er kriegt das blöde schwert nasan sollte seinen kontakt bei einer feuerstelle an der gablung bei der brandküste treffen sucht dort nach ihm aber vorsicht dort sind viele maschinen und viele schatten card ja und zwar nicht die bedürftigen sondern die peiniger zwei wegen ordnungswidrigkeiten festgenommen immer schwierig wenn jemand behauptet ja ich bin robin hood und ich mache das ja gar nicht bla 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 manchmal ist der weg aber auch das problem du wirst mir sicher helfen immer schwierig weil hier haben wir jetzt einen ziemlich guten ausweg er wird hier nicht direkt hilfe oder hier sondern wir sollen nur das problem klären was gerade läuft nicht jetzt lass uns doch das teure tolle schwert erst im umkreis einsammeln dann speichern okay ich habe mich einmal im kreis gedreht jetzt weiß ich nicht mehr wo ich bin wo ich hin wollte und mein lagerfeuer da oben oder immer das gleiche problem nicht umdrehen nicht im kreis drehen nehmen wir ihn da ja bitte und den da sehr schön jetzt lassen wir es knacken krachen der ist eh schon weg ein bisschen mehr um sich kann nicht schaden ohne maschine ja man da verstehen wir uns blind beide ist der eingesperrt oder wird oder baum oder so abwählen so die sache gegessen davon haben wir jetzt 800 wieder da brauchen wir jetzt kein reinholz mehr mitschleifen es sei denn die händler ticken natt stürmer und bist du reitfähig ehre den gefallenen hier zur weg gehabt und finde heraus was mit nassern passiert ist das bleibt an ist so ungewohnt für mich normalerweise nur hardcore hauptspiel durchspielen und dann fertig aber wohl der komio das macht einfach so spaß hier immer noch eine reizmaschine findet ihr keinen halt ja ist ja gut blümchen blümchen was habt ihr denn die haben sogar ein bisschen lohe dabei draht das sind die haben eigentlich alles mit entschuldigung so rum pinkeert die sind gar nicht mal schlecht die lohnen sich ja auch wieder Schade dass ich die Taschen echt nicht noch größer machen kann naja 3,2 habe ich, ok da brauchen wir halt die ganze Munition die Scherben, nicht nur Geld hier verpulver ist ja echt deine Kohle kein fettes Fleisch warte warte komm schon ach komm so ein bisschen fettes mitnehmen umgebung im Auge behalten passt was ist der Gablohe ich brauche nur wieder Sprengstoffen ich brauche ja komm mal raus da aus dem Busch Okay, das ging ja wieder ganz gut. Mal checken wir, was da oben so rumgeistert. Ach, diese nervigen Langbeine wieder. Aber dafür habe ich ja jetzt mal eine andere Waffe, die ich echt mal gerne ausprobieren würde. Oh ja. Langsamer als die Waffe, die ich sonst benutze, aber... Boah, Akustik-Terror, ihr Schweine. Okay, was kosten mich die Pfeile dafür? Jedes Mal Draht, ne? Na gut, nicht so wild. Haut aber gut rein. Die Präzisionspfeile, wie ich finde. Und die geben 6 Draht. Guck mal, waren jetzt zwei von den nervigen eigentlich ganz easy weggesnackt. Na, mit unter 30 Pfeilen. Doch, doch, ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich denke schon. Äh, ne, reicht jetzt schneller. So, lass uns mal weiterziehen, hm? So, geil. Könnte mein Reitvieh rufen. Oha. Okay, die Dinger kehren den Schwein Ina. Insta. Hm, frischer geht's nicht. Ja, Mann. Direkt auf den Grill damit. Guck, guck, guck. Mal gucken, ob keiner guckt. So ruhig, ne? Die hatten wirklich ihr Gebiet frei. Das ist Wahnsinn. Oh, 3. Wir haben schon wieder richtig gut pflanzen gesammelt. Wir haben oben schon wieder drei Stück. Sehr gut. Kann die nicht von hier aus analysieren. Das ist schade. So eine Ferngas-Funktion für das Ding wäre noch geil. Sonst ist es dran zu halten, ne? Langbeine. Gleich drei Stück. Wir haben den anderen da noch. So. Ah, sogar vier Stück. Oh, aber ich würde die alle nehmen. Das nehme ich für unterwegs mit. Jupp. Sehr schön. Gleich haben wir das nächste voll. Gucken, ob wir hier ein Feuerlehr haben. Und dann holen wir uns die Langbeine. Leider nicht. Ach, ein bisschen Risiko. Ja.